Wir bewegen uns mal darauf zu, schauen uns dieses Haus an, das heute etwas bevölkert ist. Und du weißt, dass dieser Tag sein Geburtstag ist, Udos Geburtstag, heute ist es ein guter Zeichen für das. Ja, das ist ein sehr spezielles Zeichen, ich wusste es nicht, aber auch für Udo Lindeberg. Heute ist es ein guter Zeichen, also es ist auch dieser Tag. Franz, bist du stolz? Stolz? Ja, ich bin stolz. Kann man sein, oder? Das kann man sein, wenn man das so etwas sieht, dann weiss wie es am Anfang hier draus hat gesehen. Nur mit den Baumen und dann ist es sehr schön. Respekt, habt ihr gut gemacht. Danke. Vielen Dank. Wenn meine Hoffnung voll am Ende wär Dann gäb's für mich auch nichts zu singen mehr Denn was sollen denn noch so Lieder und Gedanken Wenn das Raumschiff Erde gesteuert wird von ein paar Kranken Von ein paar Irren, Kamikaze, Piloten Sind wir denn alle solche Vollidioten? Cool, oder? Lindenberg Sauer?